Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Destiny 2 im Forsaken DLC. Wir sind hier in Spiders Versteck und können jetzt hier die nächste Aufgabe annehmen. Spider, das einzige Gesetz der Bucht ist er hier. Und hier haben wir Petra Zorn, der Königin. Ja, ich. Noch sind wir keine Freunde, weil du sammelst hier irgendwie Geister. Das finde ich beängstigend. So, dann schauen wir mal. Die sind aber echt am Quatschen, ne? Weil hier ist die nächste Aufgabe und zwar auf dem Weg. Petra, Venge und Spider sind deine besten und einzigen Verbündeten bei dieser Suche nach Rache für Kate Six. Das ist beides das Gleiche hier. Dann könnte ich also, egal mit wem sprechen, ich nehme lieber Petra, weil die hat ein Messer. Er hat es nicht verdient zu. Und mein Volk ist am Ende. Aldrin hat alle getötet, die sich ihm unterwarfen. Der Rest hat sich verstreut. Doch noch ist es nicht zu spät für Rache. Hier. Dieser Bogen kommt aus der Westianischen Waffenkammer. Nehmen wir die Sache in die Hand. Sehr cool. Okay. Die Erwachten sind also arm dran. Wären alle hingerichtet fast schon. Okay. Petra empfindet bittere Reue. Kate Six ist tot und die Erwachten sind ruiniert. Doch noch ist es nicht zu spät für Rache. Petra gibt ihr einen Bogen, den sie selbst aus der Westianischen Waffenkammer ausgewählt hat. Hm. Keine Umkehr. Kampfbogen legendär für Primär. 410. Präzisionsgehäuse, explosive Spitzen und Hüftfeuergriff. Die neue Waffengattung hier in Destiny. Das ist jetzt dazugekommen. 410 Angriff ist ja immer mega nett. Mega nett. Compoundbogen. Längere Spannzeit für optimierten Schaden. Drücke Viereck, wenn gespannt, um den Schuss abzubrechen. Dankeschön. Hochspannungssehne für Präzision, Glasfaser, Pfeilschaft, explosive Spitze. Pfeile explodieren nach kurzerer Verzögerung oder Schnappschussvisier. Es geht schneller, die Zielvorrichtung zu benutzen. Also hier könnte man schneller schießen und hier hat man Explosivpfeile. Und der Hüftfeuer. Ignoriert, äh, ergonomischer Griff, der sowohl Präzision als auch Stabilität verbessert, wenn aus der Hüfte gefeuert wird. Mit einem Bogen aus der Hüftefeuern. Alles klar. Okay. Könnte man sogar auch Shader anwenden. Na, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid hier bei Destiny. Und auch danke an alle, die das letzte Video wieder unterstützt haben. Mit Daumen nach oben. Vielen Dank für den Support. Uns gebührt die Rache. Ja. Ich brauche Antworten. Die Träume werden schlimmer. Bam, einfach mal 360. So, das sieht doch mal für Nachtpärscher nice aus, wenn er so einen Bogen in der Hand hat. Mal gucken, wie sich das spielt damit. Okay, so, die hat erstmal gerade nichts. Also quatschen wir mit Spider. Eins noch, bevor ich dir verrate, wo die Barone ihren Kaffeeklatsch veranstalten. Das Gefängnis der Alten ist immer noch undicht. Jemand sollte dort aufräumen, bevor dieser jemand sich wieder dem Rachefeldzug widmet. Was sagst du dazu, Freundin? Eine Hand wäscht die andere? Ich soll wieder aufräumen? Na gut, dass ich immer meinen Besen dabei habe. Okay, Spider ist bereit, dir dabei zu helfen, die Hohenbarone zu finden. Doch für ihn gilt, eine Hand wäscht die andere. Erledige einige Flüchtlinge aus dem Gefängnis der Alten. Dann gibt dir Spider die Information zu Aldrin und seinem Baron. Schließe fünf Beutezüge für Spider ab. Wenn ich das Beutezüge schon lese, kriege ich so einen Hals. Okay, neue Meilensteine hinzugefügt. Dankeschön. Muss ich echt fünf Beutezüge machen, damit die Geschichte weitergeht? Alter, was sind das denn hier? Gesuchten Beutezüge. Ah, das sind die gesuchten Leute. Die laufen ja schon in der Welt rum. Die haben wir vorgestern im Livestream einen gesehen, der mich total zerlegt hat. Besiegte, gefallene 35. Superkills. Schar besiegt. Gott. Patrouille abgeschlossen. Null von drei. Öffentliche Events. Und Sphären erschaffen. Den letzten kann ich nicht mitnehmen. Ach, zu wenig Powerlevel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind sechs. Also eine könnte ich überlassen. Verschaff dir Respekt in der Bucht. Verschaff dir Respekt in der Bucht. Ihr habt also gehört, ich muss Beutezüge machen. Sollen dir meine Bekannten erneut helfen? Meine Bekannten? Ich gehe mal hier hin, äh, zu Soriks Schnitt. Dann könnte ich hier das Event mitmachen und vielleicht sind da auch ein paar Leute. Ja. Geht halt nicht anders. Das ist halt immer das Problem, wenn man die Story nicht einfach so durchspielen kann, sondern, ähm, solche Beutezüge machen kann. Finde ich immer ein bisschen, ein bisschen schade. Weil Beutezüge und so ein Krams macht man später ja nach der Geschichte fast nur noch, ne? Für die ganzen Sachen, zum Farmen und so. So, aber wir haben jetzt den Bogen. Immun. Immun. Toll. Wie funktioniert das? Schießt jetzt das Ding auf den Kopf oder da hinten drauf? Da steht Immun einfach. Kann ich den nicht besiegen mit dem Bogen? Hier, nimm mal das Kill-Dings mit. Patrouille muss ich drei abschließen. Der Kabale, Hohen oder Scham, mir egal wer. Mach sie alle Zeit. Okay. Ah, kommen wir da. Oh, 4000 Schaden? Holy shit. 4000 Schaden einfach. Was ist denn los hier? Wer ist denn das? Der Schütze. Ach, der. Das ist der Schütze, Leute. Warum steht der immer ab und zu Immun? Du schießt den da direkt auf den Kopf. Wo ist er hin? Aber man kann das Ding nicht dauerhaft halten. Irgendwann geht der Schuss los. Sammelobjekte. Das Ding hier. Wie heißt das? Wo ist der Schütze hin? Ich nehme ich mal den anderen auf in die Hand. Ich sehe dich. Jetzt ist er weg. Würde es die Gegner, die ich töten muss, die laufen mir natürlich nicht rum. Also ich weiß halt nicht, wo in diesem Bereich auf diesem Planeten die Schar sich rumtreiben. Ich frage mich, wo die Kiste hier steht. Wie geht es runter? Hm. Da sehe ich eine Kiste. Die springt mir hier sofort ins Auge. War da nichts drin? Doch. Etwas war da schon drin. So, das hier ist auf jeden Fall das Event. Wo ist denn der Schütze jetzt hin? Geht der nach irgendwo? Da ist ein Häuptling. Da ist ein Häuptling. Jawohl. Ah, eine Kiste. Sehr schön. Okay, die Rakete war auch ein bisschen übertrieben. Also hier steht aber richtig viel rum. Also Kisten und so einen ganzen Kram hier. Aus der Hüfte schießen ist fast schon angenehmer, als die ganze Zeit so zu zielen. Okay. Dann machen wir mal mit beim Event. Die Kiste habe ich doch schon. Die ist mich auch nicht ganz alleine hier. Oh, der sieht auch cool aus. Alter, einfach mal 2000 Scharen bei so einem Typen, ey. Selbst bei den gelben, ey. Was ist denn mit dem Bogen kaputt? Wieso ist der so krass? Oh, wie ist der da? Natürlich weiß ich noch nicht, wie die ganzen Events hier auf heroisch funktionieren. Oh, wie ist er jetzt? Oh, wie ist er? Same. so wieder einer weg 2000 schaden was das schon ist auf jeden fall nicht heroisch aber das war recht schnell für diesen ok kriegt ihr das hier heute mal so ein einfaches video mit ein bisschen patrouillen krams und so aber ich brauche die beute züge um weiter zu kommen würde kisten so aber wo kriege ich denn hier zum beispiel marschar gegner oder so was habe ich denn hier 367 maschinenpistole 52 64 jetzt jetzt droppen aber die items jetzt werde ich aber hier gepusht was das lichtlevel angeht 365 dankeschön bogen in destiny auf jeden fall eine coole idee schauen wir auf die karte ich muss auf jeden fall noch schar töten für eine aufgabe da wäre ein nächstes event das ist ja gar nicht so weit weg von hier denke ich da mal hin verfolgen wir das mal ich glaube ich muss auch zwei zwei öffentliche events abschließen für für so ein ding zwei öffentliche events und drei patrouillen oder so dass wir dann hätte ich schon mal zwei von diesen beute zügen fertig dann muss ich noch gefallene töten schar töten super kills machen und sphären erzeugen das sollte noch hinkriegen die bereiche die wir da gesäubert haben okay die frage ob sich überhaupt schar hier befinden also ob im rift im gefängnis waren ja welche aus der hüfte schießen ist eigentlich recht ein bisschen angenehmer weil man da so dieses große große kreis ziel hat an das anstatt hier dieses komische dinge dagegen ständig ziele muss man sich auf jeden fall noch ein bisschen einspielen kisten symbol aber keine kiste da haben wir hier noch beute züge da kill aufgabe die nehme ich immer mit gehen immer ganz gut und da ist auch schon das nächste event unser gemeinsamer feind macht das die sensoren zeigen eine sich nähernde gefallenen eindämmungszelle aus dem gefängnis der alten schon wieder eine eindämmungszelle wo ist es denn ich stehe drauf ich kann euch das laufen weiter die bühne kommt gleich hier wieder so ein dicker raus weg haben jawohl und da sind die federn ohne goldene kiste so wenn werden jetzt mal ziemlich eine große große gegnerwelle wäre mal cool dann könnte ich bogen machen die sind für superkills und passieren erschaffen dadurch irgendwie ist der alleine wow der boden der boden ist lava ne eis okay das ist so eine teile die man irgendwo reintragen muss wo kommt das rein kann ich auf den boss schmeißen daneben wir müssen diese kugeln auf den boss werfen wo müssen wir damit treffen nicht gerade leider keine mehr doch das meine die gegner haben ihn schon die gegner haben ihn schon so war superkills superkills nice karteige die gebäudezug abgeschlossen das waren die zwei öffentlichen events wow was ist mit dem gelber auf dem bike kommt der einfach vorbei gefahren ah der hat auch eine kiste noch mehr raketenwerfer neu so müssen wir mal nachschauen hier einiges einiges fallen gelassen worden 353 370 einfach einfach ein 370 raketenwerfer da ist auch eine pistel ne ne das ist eine automatikgewehr 369 auch nicht schlecht scoutgewehr 369 aber ich habe den bogen mit 410 der ist halt noch ziemlich heftig 354 52 69 dankeschön so na hier sind die beutezüge guck mal da gefallene besiegt da brauche ich noch zwei den hier habe ich fertig ähm sphären erschaffen fehlt mir eine patrouillen abgeschlossen eine noch die schar super superkills 0 von 20 das klappt irgendwie nicht erziele superkills in der wirrbucht klappt irgendwie mit meinem bogen nicht dann muss ich dann den fokus wechseln dann mache ich das mal schnell bogen sind ja eher so passiv Sachen ich nehme mal hier den arkus akrobat damit müsste ich doch eigentlich ganz gut ähm durch so eine menge durch so da ist jetzt weiter auftrag fertig das müssen dann 4 sein level 33 dankeschön so haben wir noch eine eine patrouille hier da vorne eine sammelaufgabe noch super ist auch ready aber brauche ich mal eine größere gegnergruppe um dann 10 mit einer super zu töten eine verschollene Ladung schmuggelgut vom toten Orbit sie ist jetzt in den Händen meiner Feinde du musst Ballast zurückholen so 3 von 11 so viel was ist das grüne hier Munition ne Gras hat so beleuchtet der Bogen macht halt unterschiedlich Schaden glaube ich wenn man halt komplett komplett zieht dass es so ein rotes haut er hier halt zu viel raus und dann auch noch auf den Kopf schießen ist das stärker als jedes Sniper gefällt mir persönlich aber viel besser als ein scharfschützendes Gewehr muss ich sagen sau cool wie super hier gegen die einzelnen äh rauszuhauen ist es lohnt sich einfach schon nicht mach ich lieber nochmal so ein Event mit oder so ok nochmal auf hier so da hab ich den fertig so hier brauche ich jetzt noch Sphären erschaffen eine und dann Schar ja 35 Schar besiegen oder Superkills 20 Kills mit der Super oder 35 Schar da brauche ich ja nur einen ich glaube mit der Super ist glaube ich schneller zu schaffen weil ich nicht weiß wo hier auf diesem Griffplaneten die ähm die Schar sind jetzt ist das nächste Event da wie komme ich da hin wie komme ich da hin ah da oben lang erstmal zurechtfinden in der neuen Zone ja mal gucken vielleicht schaffe ich ja doch alle alle Beutezüge hier in einem Video ok ich muss glaube ich schon Fahrzeug runter oder juhu jetzt müssen wir erstmal wieder an die Oberfläche kommen kann ich hier wieder fahren ja wäre hier komplett durch die Höhle durch ah schon da das sah auf der Karte halt immer weiter aus als es dann doch ist wir haben welche Killquests leider nicht perfekt das geht los das ist ein gutes Teil also sie könnten Schmuggelgut der neuen Monarchie durch die Bucht bringen ohne mich zu fragen besorgt mir das Zeug egal mit welchen Mitteln der Hohn setzt ein älter Ernteschiff ab Ernteschiff aber das sind diese Angreifer hier um Spawn schneller aber das sind super schon wieder weg das Sphären generiert auch so ich brauche nur noch einen heute zu wenn die hier auf dich zugestürmt kommt ist der Boden nicht wirklich die gute Variante hier außer man hat vielleicht so ein findet man noch so einen Schnellschussboden er ist halt komplett immun ich brauche Sphären ich brauche Sphären ich brauche Super so der hat auf jeden Fall die hat jeder dabei da ist eine Sphäre hier so eine Kiste jawoll Sphären ich brauche auch Super Kills monstrosität ich hätte auch nachgeladen ich habe die andere Rolle hier drin bei den Akos Akrobaten deswegen habe ich nicht nachgeladen oh kommt schon geht es down ich habe noch ein paar Supersphären hier da liegt noch eine aber das reicht nicht das sind doch bisher richtig kurze kurze Events wahrscheinlich weil wir da immer nie das Heroische starten weil wir uns hier noch nicht auskennen vorräte gesammelt wo muss ich denn dafür töten vorräte von den Gefallenen ja ich habe die ganze Zeit hier ach ne ich habe diese diese neuen Gefallenen getötet ich brauche alte was ist denn das A da das verpasst die Bomben wo sind wir hier dran geraten ach die machen so ne gesuchten Aufgabe oder irgendwie kommen da ganz schön hohe Gegner an da die haben ja irgendwas gestartet wo ich kaum mithalten kann au die springen ja empfohlene Power 410 ab dank also die Patrouille die ich da habe die ist echt voll doof boah ein Flammenwerfer steht da oh der das war ein schöner Schuss aus der Luft und hat trotzdem noch seinen Kopf getroffen wie viel brauche ich denn noch von den Superkills ich brauche den nur 20 4 habe ich erst bitte wer ist Gott vielleicht gehe ich auch irgendwo auf einem anderen Planeten und töte Schar wo ich weiß da sind ganz ganz viele Schar der sieht dann wieder auch interessant aus komm den tüte ich nochmal mit alles weg oh ich kann ich kann ich kann So, ich würde aber mal sagen Ich ziehe mich hier ein bisschen zurück War nämlich jetzt 30 Minuten Ich brauche wirklich nur noch einen Beutezug abgeben Damit ich in der Geschichte weiterkomme Das werde ich auf jeden Fall machen Ich werde einfach irgendwo anders hinfliegen Und schnell 35 Schar töten Das müsst ihr euch dann nicht mehr so mit anschauen Und dann melde ich mich im nächsten Video wieder Wenn ich dann hier einen von diesen Beutezügen fertig habe Dann melde ich mich wieder Damit wir weitermachen können mit der Geschichte Ich hoffe, das ist okay für euch Und ich bedanke mich natürlich, dass ihr heute eingeschaltet habt Wir haben ein bisschen das neue Gebiet kennengelernt Ein paar Events gemacht Und hoffe ich, dass es in der nächsten Folge mit der Geschichte weitergeht Also vielen, vielen Dank an alle, die hier eingeschaltet haben Lasst gerne einen Daumen nach oben da Und schaltet morgen wieder ein Wenn es weitergeht in die nächste Folge von Destiny Macht's gut und bis denn Ciao, ciao